So, ich habe mal 15 neue Soldaten organisiert. Für 5100. So, ich würde gerne jetzt irgendwie andere Gebiete machen. Wir sind echt noch schwach, also mit 15 brauche ich nicht anfangen. Das ist alles immer rot. Wir gehen jetzt mal auf den Eiskontinent hier und da gehen wir mal in das Schloss und die Stadt, die nicht weit entfernt liegt. Die müsste irgendwo dann hier sein, genau. Es gab eine freie Stadt. Daran denken. So, wir sind hier Schloss Fahren. Schloss Fahren müsste die Burg gewesen sein oder das Schloss. Guckt mal an, wir haben, ach wie geil, guckt mal die Spuren, die nacheinander von. Cool gemacht. Schloss Fahren müsste die Behausung gewesen sein, die, ah, das sind türkisen, das ist da wie ein türkiser Pulli bei der Empore. Jetzt zum dritten Mal den Satzanfang. Meister meines Fachs. Das Schloss sein, wo wir den Magier herausgeholt haben, den wir zurzeit foltern, wenn ich mich recht entsinne. So, guckt mal, wir gehen automatisch jetzt in einen Innenhof. Ist das nicht toll gemacht? Ich finde das herrlich. Also wirklich auch wieder exzellente Nutzung von Chipsets, wie man die verteilt. Ja, also es ist ganz, ganz toll. Finde ich fast sehen, wie gut ich das alles setzen kann. So, wir haben hier einen, nachdem ich jetzt die beiden Fässer noch mehr angeschaut habe und nichts finde. Gibt es hier irgendwas bei den Grabsteinen interessantes? Hier steht in Gedenken an unseren tapferen Krieger und Führer Agaleo Marus. Ihr wisst schon, Agaleo war in der Suaron-Version, oder beziehungsweise die Asmus-Version. Asmus hat es erzählt, der erste Schüler von Suaron gewesen, der dann den Sohn, nämlich Suar Asmus, unterrichten sollte, nachdem Agaleo tot war. Agaleo Marus wahrscheinlich ist, äh, wahrscheinlich so ein dummer, schwächlicher Menschenkrieger. Ja. Na, pass mal auf, der ist bestimmt stark und vielleicht kämpfen wir noch gegen seine Leiche, wer weiß. So, dann schauen wir uns doch mal hier eines dieser Gebäude an. Also gar nicht, wie die verbunden sind. Ah, okay, da geht es nach oben. Verbundenheit. Ist das dann ein gemeinsamer Wehrgang? Ach, nee. 279 Filler, okay. Eine Truhe, ein Fluchttrank, der gar nicht so schlecht war. Haben wir schon gesehen, äh, als wir aus der Kanzellation raus wollten. Obwohl die die bestimmt einen besseren Weg haben, da rauszukommen, statt jedes Mal so einen Fluchttrank zu nehmen. So, hier haben wir... Ich fiel. Okay, das ist ein leerer Raum. Sehr lehrreich. Haben wir hier nochmal. Ein kleines Gebäude. Ich hoffe, es greift so schnell keiner an. Bei diesen Temperaturen zu kämpfen, ist wirklich schlimm. So ein Weichei. Okay. Ja, ist klar, der hat jetzt nicht seine Fähigkeiten. Keine gute Kältung. Ah, guckt mal, die haben schön gefütterte Betten. Na, ist das nicht fein. Und überall brennt es. Unkontrolliert, während niemand da ist. Klingt nach einer guten Methode, um seine Burg abzufackeln. Achso, hier gibt es Seiteneingänge. Sehe ich gerade. Die habe ich übersehen. Aktuell... Ne, hier. Sonst sind eigentlich relativ wenig. Irgendeiner dieser extra Gebäude muss ja noch ein Gang nach unten haben. Ah, okay. Wenn man davon spricht. Sonst würden wir ja nicht weiterkommen. Aber ganz ehrlich, da ist wenig drin gewesen, oder? Also, liegt eine Papierrolle im Regal. Karte 6 erhalten. Okay. Wir gucken uns mal gleich an, ob die Karte 6 von uns lesbar ist aktuell. Oh, ganz im Noten. Naja. So, wir gucken mal ganz schnell runter. Um sich in die Blaubarriere unmöglich, da durchzukommen. Das waren diese Beholder. Guckt mal an, diese einzelnen Augen. Da entlang fliegen. Ja, das ist was für später. So, damit haben wir die ganze Brücke erkundet. Ich weiß noch nicht, wie die Krieger auf den Wehrgang kommen. Aber, ja, wir sind durch. Gut. Dann lasst uns doch mal gleichsam zum zur nächsten Stadt fliegen. Die wir schon erspäht haben. Echt eine Brücke. Na gut, ich werde das irgendwann mal wieder abseits der Aufnahme erkunden, wie ich es das letzte Mal schon gemacht habe. Oder eins. Immer dann mich melden, soweit man es gefunden hat. Wir sind in Jalupen angekommen. Schaut euch mal an. Der ist ja gut gefüttert. Gibt's das? Da stehen Typen quasi in Unterwäsche vor mir. Naja, Unterwäsche ist jetzt nicht gerade, aber... Roman Weiß. Sag mal, friert ihr nicht ein bisschen bei den dünnen Sachen, die ihr da tragt? Nö. Hätte ich eigentlich in Grenzen. Brrrr. Also ich bin in diesen Temperaturen... Langsam. Also ich bin diese Temperaturen ja gewohnt. Aber so würde ich ja auch nicht rumlaufen. Dein Problem? Nicht meins. Gibt's hier irgendwo in Schneemann, indem er sie Möhrer rausziehen kann? So, was gibt's denn hier für einen kleinen Bub? Hm, sind es welche oder sind es keine? Was? Haha, das sag ich meinen Freunden. Na, was denn? Dass ich endlich einen Ghoul gesehen habe. Wie kommst du denn darauf, dass wir Ghule sind? Papa hat mir solche Geschichten erzählt von Werwölfen und Ghulen. und ihr seht aus wie die Ghule in seinen Geschichten. Hm, wie genau sehen wir denn aus? Gleiche Haut, blasses Haar und dicke Knollennasen. Wer hat hier eine Knollennase-Bursche? Oh, oh, Papa! Asgard, der Menschenfreund. So, hier ist ein... Weg... Oh, guck mal, der Schneemann sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Der sieht wirklich ein bisschen anders aus. Man könnte auch sagen, er ist etwas speziell. Man würde recht haben. Ich liebe diese Schneeflocken. Einfach herrlich, wie sie langsam aus dem Himmel kommen. Wahrscheinlich scheint die Kälte ja gar nichts zu stören und auszumachen. Sagen wir mal, wir sind da abgehärtet. Naja, das ist Relem übrigens. Naja, die Leute hier sind alle sehr freundlich. Wir bekommen nicht oft Besucher, aber wenn jemand kommt, wird er herzlich von uns empfangen. Ihr könnt sicher auch an einen der... euch einen... Das redet ich noch heute schon wieder. Ihr könnt euch gerne an einen der Kamine wärmen, wenn er euch danach ist. Das ist aber wirklich sehr freundlich. Ach, Besuch bringt Abwechslung in unser kleines, verschlafenes Städtchen. Übrigens, wir denken mal an Mestor, wo sich die ganze Bevölkerung die ganze Zeit über aufgeregt hat, die Wachen weg sind. Und ihr wisst ja theoretisch jetzt das gleiche Problem. Lila Mütze übrigens. Und es ist... Keiner spricht davon. Nur als kleine Gedankenstütze mal. So, damit sind wir sogar Schogar einmal ringsrum gelaufen. So, gibt es hier das noch was? Das müsste die Kreuzung sein, wo das Kind dort oben rumgeigt. Sehen wir noch keine Dieben. Ich hab'n gedacht, die Dieben irgendwie auf jeden Karten versteckt sind. Na gut, dann fangen wir mal an den Laden hier. Das könnte der ein Bedarfsladen sein. Unser Bedarf ist hier Blut und alles mitnehmen. Da bedarf es wenig Worte, sondern der Bedarf regelt das alles. Das ist ein Tisch, ein Deckchen. So, was haben wir denn hier? Kommt, zu mitnehmen. Also, das macht mich sonst sehr traurig. Wenn ich mal was mit nehmen können, kommt irgendwas. Irgendwas wird doch hier da sein. Ja, gib's mir. Na gut. Hast du mal Schwein gehabt? Ist gut, alles versteckt. All diese Echsen... Was? Äh, also dieses Echsensekret in den Heilträngen wirkt Wunder. Moment, was? Was kann ich euch verkaufen, Margret? Eifiole, Krankheitsflucht, Schlaf. Okay. Ähm. Ich muss sagen, Heilzeugs sind nicht gut ausgestattet. Ich hätte eher demnächst mal gerne einen Bluthändler. Denn, ähm, das sieht wirklich nicht so gut aus bei uns aktuell. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen unteren Bereich, einen Keller, nennt man es gemeinhin. Tja, aber wieder nichts. Die gute Dame hier, die langschreitet. Hier stehen einige medizinische Bücher. Hm, steht da vielleicht drin, wie dieser Janusz aus Mesto seine Mutter heilen kann? Moment, ich schau mal. Hm. Altersschmerz, Altersschütteln, Altersschwachsinn. Maschinen zu Altersschwachsinn. Hier steht, ist ein alter Mensch nicht mehr in der Lage, klar zu denken, sollte ihm ein Tee aus Xamoswurz und Schwarzbären dreimal täglich verabreicht werden. Nach einigen Wochen bessert sich der geistige Zustand der betroffenen Person. Ja, das ist doch, wonach wir gesucht haben. Damit können wir zu diesem Janusz zurück. Ja, das ist doch super. Okay, da haben wir so was doppelt. Ähm, krass, das ist einfach nur alles im Buch gewesen und nicht irgendwie, dass wir mit jemandem reden müssen oder die Quest erledigen. Intressant. So, was haben wir denn hier? Was ist noch mit Papa los? Wenn er verrückt wird, dann komme ich noch ins Heim. Okay. Irena, habt ihr mal mit meinem Papa geredet? Äh, was? Wieso? Er ist so komisch in letzter Zeit und nachts mummelt er etwas von einem rosa Hasen. Ich fürchte, er wird langsam verrückt. Ach, da habe ich schon ganz andere Fälle von Wahnsinn gesehen. Lasst uns lieber gehen. Ich möchte nicht daran erinnert werden. Der Wahnsinn der Äther-Ebene zum Beispiel. Liebe Elaine oder lieber Askar. So, bist du der Papa? Dann rede ich gleich mit dir. Ich weiß immer noch, warum du medizinische Bücher hast. Das heißt, du bist der Arzt hier im Ort. Ist aber nicht aus einer Praxis, muss man ja ehrlicherweise mal zugeben. Aber du weißt, wo du rosa Kaninchen siehst, vielleicht zu sehr an irgendwelchen Beruhigungsmitteln geschnüffelt. Ansonsten findet man sehr wenig Geheimnisse bei dir. Oder wie ist denn dein Hausstand mausnah zu nehmen? So, rosa Hase. Kein rosa Hase. Verdammt, hätte ich doch nur nie gewettet. Gewettet? Dremon. Sagt mal, habt ihr schon einmal einen rosa Hasen gesehen? Na toll, ein verrückter. Nein, das meine ich ernst. Ein Fremder kam vor einiger Zeit hier vorbei und behauptete, er hätte einen rosa Hasen in den Schneewäldern westlich von ihr gesehen. Ein rosa Hase? Ernsthaft? Das Dumme ist, ich habe mit ihm gewettet, dass es keinen rosa Hasen gibt. Und? Er wollte mir beweisen, dass er recht hat und sucht diesen Hasen jetzt. Wenn er ihn findet, verliere ich 20.000 Filler. Und was hat das mit uns zu tun? Nun, ich will auf keinen Fall meine 20.000 Filler verlieren. Und da es wohl kaum viele rosa Hasen gibt, möchte ich euch bitten, das Vieh zu finden und es umzubringen. Bringt mir dann einfach das Fell als Beweis, dass ihr den Hasen erledigt habt. Warum nehmen wir sich ein normales Fell und pferden das rosa? Oder ihr sorgt dafür, dass derjenige, mit dem ich gewettet habe, einen kleinen Unfall hat, wie ihr versteht? Oh, das nenne ich mal Mut zur Burshaftigkeit. Naja, ich kenne ihn ja nicht und 20.000 Filler sind meine ganzen Ersparnisse. Also helft ihr mir? Sicher. Prima. Also entweder den Hasen oder den Fremden erledigen. Der Wald soll irgendwo weit im Westen sein. Endlich meine Aufgabe, die mir zusagt. Wir machen natürlich den Hasen kalt oder versuchen, ihn laufen zu lassen, wenn er ein lieber Hase ist. Na, vielleicht ist er ein Killerkarnickel. Kann ja auch sein. Auch hier wieder gilt, es ist schon wenig Zeug, was man hier in den Beuten findet. Das fand ich in der 1 war irgendwie überall mehr rum. Aber vielleicht haben sie auch dazugelernt, dass man sonst überall was klauen kann. Lady Helsing, saug oder stirb? Oho, klingt vielversprechend. Ja, ja, Helsing. Organisation vielleicht. Reaper, das Vermächtnis des Todes. So, jetzt erinnert mich an mein erstes Opfer. Ein kleines Mädchen namens Sarah, die mit Streichhölzer verkaufen wollte. Da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Okay, haben wir erledigt. Dann reden wir gleich mit der jungen Dame. Ich will endlich Urlaub machen, wenn ich nur wüsste, warum Tremmern ständig meinem Wunsch ausweicht. Tja. Darf ich fragen, was ihr unten macht? Wir wollten nur nach dem Rechten sehen. Seid ihr die neuen Wachen der Stadt? Die Alten sind ja abgezogen. Ah, okay, wenn ihr das eine merkt. So in der Art. Naja, macht was ihr wollt. Solange nichts kaputt macht, seid ihr willkommen. Nehmen wir vielleicht für ihr nochmal was, wenn wir ihren Mann jetzt dazu bekehren, dass er wieder nicht nur von Hasen schwärmt. Warum wettert der auch um 20.000? Das ist ja schon ein bisschen bescheuert. Wenn ein Fremder bereitwillig in eine Richtung wettet, wäre ich immer ein bisschen furchtig, ob der nicht vielleicht irgendwas in der Hinterhand hat. Zum Beispiel weiß, wo man halt an was rankommt, was findet. Einfach so. Warum haben solche normalen Menschen Pilotvigolen im Regal? Wäre auch mal die vernünftige Frage. Hier, gehen wir bitte weg. Dankeschön. So, du siehst nur an, also du bist eine Dame, oder? Du gibst uns eine Quest bestimmt. Ich hoffe, ich finde rechtzeitig noch ein tolles Hochzeitsgeschenk. Ah, okay. Jesse, oh Besuch, ein seltenes Ereignis. Hallo, wir wollten uns umhören, ob wir vielleicht jemandem helfen können oder ob es irgendwelche wichtige Ereignisse zu berichten gibt. Hm, wenn ich es mir recht überlege, könnt ihr vielleicht mir behilflich sein. Wobei denn? Nun, ich habe vor, meinem Mann ein Bild zu schenken, und zwar ein Bild, in Bild auf dem, ein Bild, da fehlt ein E, worauf ein riesiges Herz abgebildet ist und darauf soll stehen, du bist mein Ein und Alles. Denn wir haben bald Hochzeitstag und da muss ein tolles Geschenk her. Ich denke, das wäre gut. Das wird ihm bestimmt gefallen, da bin ich mir ganz sicher. Allerdings kenne ich keinen Maler, daher würde ich mich freuen, wenn ihr einen Maler findet und ihn das Bild zeichnen lässt. Das machen wir gerne. Vielen, vielen Dank. Also ich schätze, das Bild wird um die 600 Filler kosten. Ist das Geld? Aber so. Ich habe gehört, in Genos soll es einen sehr talentierten Künstler geben. Vielleicht sollt ihr dort bei euch mal umsehen. Gut, das machen wir. Keine Sorge, wir sind bald wieder mit dem Bild zurück. Ich freue mich schon drauf. Ja, Quest mit dem Maler. Genos. Ja, das sagt mir sogar noch was lustigerweise. Wo ist es die Tochter? Ist das eine Schwester? Eigentlich Tochter. Den Pony Schwänzen. Pony Tails. Wer ist das? Pony Tail? Ihr wisst, was ich meine. Komm, wir spielen diese Leute mal mit mir. Mama und Papa haben irgendwie keine Lust mehr, mein Ratespiel mit ihr zu spielen. Ratespiel? Oh, hallo ihr da. Wollt ihr mit mir spielen? Spielen? Was denn? Ich zähle euch 10 Dinge auf und ihr müsst dann raten, welcher aus einer Liste nicht dabei war. Was? Okay, ich nenne euch jetzt 10 Dinge, die ihr euch merken solltet. Ah, natürlich merken wir die uns. Leg los. So. Baum. Schatten. Schnee. Schrank. Haar. Vogel. Spiel. Pflanze. Ohr. Und Schwert. Okay, und nun? Nun sagt mir, welchen der folgenden drei Begriffe ich nicht genannt habe. und die wären Schatten, Pflanze, Speer. Okay, da brauche ich nicht mehr zu nehmen. Das ist natürlich der Speer. Oh, richtig. Das finde ich toll, dass ihr so konzentriert mit mir gespielt habt. Aber gerne. Und eure Aufmerksamkeit soll belohnt werden. Schon gut, das hat uns Spaß gemacht. Nein, nehmt das hier. Das habe ich draußen beim Spielen gefunden. Eine Lichtruhne. Das ist doch mal eine super Sache. Dieser Stein leuchtet so schön. Ich hoffe, er gefällt euch. Oh, danke vielmals. Kriegen wir Erfahrung? Das war doch okay gewesen. Eine kostenlose Lichtruhne. Das sagt man nicht nein. Ich gebe zu, ich habe die Begriffe aufgeschrieben, aber ich habe eigentlich gedacht, dass wir in einer gewissen Reihenfolge da irgendwas sagen müssen oder aus acht Begriffen. Aber Speer war schon sehr eindeutig. Heilbalsam. Okay, hier nehme ich es zurück. Hier haben wir schon zwei Sachen gefunden im ganzen Haus. Mindestens. Jetzt müssen wir noch den Weg nach oben gehen. Hier sind einige Romane über die Heldentaten verschiedener Personen. Bin ich dabei? Wohl kaum. Ach, nun komm. Soweit ich schon Hunde, Menschen umgebracht habe, heißt das noch lange nicht, dass man nicht auch mich als Helden feiern könnte. Als Antiheld vielleicht. Das wäre immerhin schon mein Anfang. Ja, ja, Askar. Und ein Hund, oben Katze. So sieht's aus. Ich hoffe, ihr gefällt das Amulett, das ich ihr gekauft habe. Ah, du hast ein Amulett georganisiert. Sehr schön. Bruno. Ach, habt ihr schon mal einen Hochzeitstag gehabt? Äh, nein, bisher noch nicht. Ich weiß einfach nicht, was ich ihr schenken soll. Ich hab schon was, aber ich bin nicht sicher, ob ihr das auch gefallen wird. Was denn? Ich hab ja ein schönes Amulett. Ich dachte, Schmuck kommt immer bei Frauen an. Ach, das kann nicht allzu verkehrt sein, denke ich mal. Du trägst doch nicht besonders gerne Schmuck. Also das einzige Amulett, was du mir jemals geschenkt hattest, war eins mit einem Totenkopf. Also ich fand das wirklich schön. Ja, du vielleicht. Okay, sie ging gar nicht mehr drauf ein, sondern okay, ich dachte, man kann ihm jetzt auch noch helfen, aber ja, da ging es ihr jetzt um Elaine. So, wir speichern mal ab, weil nicht, dass hier irgendwas verloren geht. So, jetzt haben wir das Haus. Jetzt könnten wir doch mal rüber gehen. Da gab es doch jetzt genau das mit dem kleinen Kind davor. Residiben auch nicht auf der Stadtkarte versteckt, sondern in den Häusern. Das könnte natürlich, ich weiß es leider wirklich nicht mehr. So, wie sieht es hier aus? Wo sind nur meine geliebten Soldaten hin? Die hatten sich jeden Abend betrunken und jetzt sind alle fort. Entschuldigung, Kundschaft. Alles was. Was kann ich euch bringen? Danke, aber eigentlich wollten wir uns nochmal hier umschauen. Wohin, was zu trinken? Ach, kommt. Was kann ich euch bringen? Wir wollen nichts, kapiert. Schon gut, schon gut. Gein Grund, gleich aggressiv zu werden. Ziemlich leer hier, was? Ja, ganz toll. Und streut noch Salz in meine Wunde. Absolut, es ist natürlich sehr leer. Aus irgendeinem Grund sind die Wachen in dieser Stadt plötzlich aufgebrochen und kamen nicht wieder. Sie waren meine Stammkundschaft. Bei den Bewohnern dieser Stadt kommt kaum noch einer hier rein. Hm, tragisch. So weiter geht, kann ich bald einpacken. Tja, vielleicht musst du halt mal ein anderes Business aufmachen. Oder andere Wesen hier einladen, vielleicht gehen nur manche Monster. Kleinkreaturen oder irgendwas ähnliches. Die Leute stinken irgendwie nach Tod. Ja, wir riechen nach Tod, was? Emily, hallo ihr da. Hallo du, bist du nicht ein wenig jung für eine Schenke? Lass da hin, ist mein Papa. Ihm gehört das hier. Ach so, dann will ich nochmal das Ganze durchgehen lassen. Trinkst du auch fleißig jeden Tag deinen Schnaps? Was ist Schnaps? Was ganz Leckeres. Am besten klaust du mal eine Flasche von deinem Papa. Aska, lass das. Trimmst du auch dem Kind jeglichen Spaß? Ganz bestimmt. Ja, ja, das ist nicht gerade pädagogisch wertvoll. Werte Aska, was du hier machst. Okay, hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Eine einsame Schenke ohne alles. Na gut, dann geh, äh, gehen wir wieder. So, der kleine Buch, den hatten wir schon. Das Haus hier unten war der Allgemeinbedarf gewesen. Das heißt, wir können jetzt in diesem Gebäude gehen mit dem schönen, Vorgarten. Wer seid ihr denn? Ich liebe diese Stadt, alles so herrlich friedlich. Volken. Oh, Besuch ist hier in den kalten Gefilden reichlich selten. Wir schauen einfach mal, ob jemand unsere Hilfe benötigt. Naja, also hier ist alles ruhig. Sogar die Wachen sind fort. Okay, die dritte Person, die schon mit Wachen redet. Dann ist sehr gut. Und die blaue Person? Langsam nervt mich diese Stadt. Ich will endlich mal fort hier. Nur für ein paar Tage. Oh, sehr unterschiedlich. Die Nara. Ach, manchmal wünschte ich, mein Mann würde mit mir endlich mal weggehen. Aber er meint nur, hier wäre es so schön. Da brauchen wir nicht wegfahren. Also ich finde es eigentlich auch ganz nett hier in der Stadt. Ja, toll. Nun, nun fallt mir auch noch in den Rücken. Okay. Das machen wir natürlich nie, den Damenrücken fallen. So, haben wir denn hier irgendwas Feines rum? Liegen, stehen. gehen. Nein. können wir nicht durch bei dem Stuhl. Das ist der Hartstuhl. So, dann ist hier also nichts. Dann gehen wir mal an den Seitenbereich. Hier beiden. Der eine mag es friedlich und liebt die Ruhe. Die andere möchte lieber mal die Welt erkunden. Ob das gut geht, auf Dauer, diese Liebelei. Wir klauen uns schon mal eure Ersparnisse. Demzufolge werdet ihr sowieso demnächst keine Reise machen. Also ist doch alles super. Okay. Gut, dann gehen wir mal außenrum. Und gucken mal in dieses Gebäude. Oho. Und was haben wir denn hier? Wir haben eine junge Dame, die hier entlang wartet. Es freut mich, mal neue, nette Menschen kennenzulernen. Das passiert nicht allzu oft. Tja, nett ist es vielleicht nicht. Marlene, willkommen in meinem Haus. Wir haben euch ruhig ein wenig auf. Draußen ist ja wirklich kalt. Dankeschön. Das ist wirklich sehr gastfreundlich. Nun, wir haben hier noch nie Probleme mit Dieben oder Verbrechern gehabt. Bisher waren die wenigen Besucher, die wir hier hatten, immer sehr freundlich. Meistens sind die Leute aber nur auf Durchreise. Wir müssen hier bleiben. Nicht jeder mag diese kalten Temperaturen. Ich liebe den Schnee, deswegen bin ich mit meinem Mann hierher gezogen. Na, wir machen uns dann mal wieder auf den Weg. Ihr seid wie alle Besucher, ihr seid willkommen. Bis hier haben wir ja auch nur eine Sache gehört, das ist mit dem Hasen, also im Westen. Westen war es, glaube ich, gewesen. So, was haben wir hier noch? Schum, schum, schum. Nichts. So, hier, du. Ich fürchte, ich muss schon wieder Feuerholz besorgen, wie ich das hasse. Die einen lieben das Leben hier, die anderen so, ach, scheiße, so ruhig. Van. Oh, ich hätte nicht gedacht, in den nächsten vier Monaten nochmal Besuch zu bekommen. Ist das so selten? Naja, mit den Wachen und dem Schnee ist diese Stadt nun nicht unbedingt das große Besucherzentrum. Wir haben ja höchstens alle sechs Monate mal Besucher in der Stadt. Naja, die Wachen sind ja schließlich schon mal weg. Was, wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Na, da war ich schon lange nicht mehr draußen. Ja, die sind vor kurzem einfach alle abkommandiert worden. Naja, vielleicht kommen jetzt mal ein paar Besucher mehr. Wünschenswert wäre es vor allem für Ragus, dem Ladenbesitzer der Stadt. Er betreibt sein Geschäft nur noch als Hobby. Dann ist heute ihr Glückstag. Wir brauchen noch die ein oder andere Sache. Das wird sie freuen. Ihr Laden ist gleich das Haus östlich von hier. Danke. Na gut, wir sehen aber bei den Ladensymbolen ja das über den Eingang. Von daher können wir ja schnell erahnen, was ein Laden ist und was nicht. weil es eine, ja, keine Überraschung, sage ich mal so. So, Feuerholz. Ne. Warum bin ich jetzt ins obere Geschoss gegangen? Außer die Miets. Filetierte Miets. Ne. Keine Miets heute. So, was haben wir denn da noch? Da geht noch ein Weg hinauf und einfach nur raus. Na, das ist ja wunderschön. Da machen die Schneemänner irgendwie so um eine roter und ein lilaner. So, hier ist dieser Laden noch, ja. Dann haben wir alles erledigt. Genau, weil die Hose hatte schon. Wir haben keine Dieben gefunden. Gerade in dieser Eisregion hätte ich das irgendwie vermutet. Aber ich bin schon dran vorbeigegangen und das ist irgendwie, so sieht man da nur so ein Fitzelchen von ihrem Haar außen. Na gut, gehen wir hier rein. klauen erst mal ihr alles unter dem Hintern weg. Man kennt es ja. Aber es sieht aus, ja, man kann nichts mitnehmen oder hat einfach den Überblick mal grüne klauen. Alfiola kann, nee, das war aber nicht so gewesen, oder? Dass etwa die Items, die man mitnimmt, so ein bisschen levelorientiert sind an der eigenen Stufe. Das heißt, wenn man früh alles macht, kriegt man halt nur schwache Items. Wenn man es spät macht, kriegt man echt gute. was ja sein können. So, wir reden mal. Guten Tag, was möchtet ihr kaufen? Ja, Sachen, die wir alle schon haben. Kommt bald wieder und wir lesen mal die Gedanken. Also, wenn die Erzpreise weiterhin so steigen, werde ich noch arm. Gut, damit haben wir die Stadt erkundet. Mehr ist es ja nicht. Wir haben nur davon gehört, westlich davon sollen Hase sein. Wir gucken mal, auf welcher Stufe das Ganze basiert. Zechende Liebe, beauftragten Maler. Großer Hase, Stufe 45, hat dann gute Nacht. Das wird noch mal nicht so schnell möglich sein. Dann speichern wir mal lieber. So, und dann nutzen wir doch mal die Flammerusverwandlung und fliegen mal zurück nach Mesto, weil wir mal jetzt schon mal in der Folge noch sind mit der Stadterkundung und die Quest, die wir gerade erfüllt haben. Können wir mal ganz schnell zum zum Jungen gehen, der seine Mutter gerne wieder befreit haben möchte vom Altersschwachsinn. Genau. Das ist das Haus. Speichern mal, falls es irgendeine Auswahlmöglichkeit gibt, die so hübsch wäre. So, wir reden mal. Habt ihr schon herausgefunden, wie ich meiner Mutter helfen kann? Ja, haben wir. Ja, wirklich? Sagt schon, wie? Nun, du musst dir einen Tee aus Xamos, Wurz und Schwarzbären kochen, den deiner Mutter dreimal täglich zu trinken geben. Hm, das könnte ich auf jeden Fall mal probieren. Wo habt ihr das her? Aus einem Medizinbuch. Ja. Ah, okay. Ich hoffe, dieses Buch behält recht. Ich danke euch. Ihr nehmt das als Dank. Lebensank, Relationsank, Lichtruhne. 23.000 Erfahrungen. Ich möchte mal betonen, wir haben für einen Bossgegner, einen starken Gegner, 600 Erfahrungen gekriegt. Wir kriegen das 40-fache für so eine Quest. Ja, weil nach Stufe 20, das ist, vor allem kriegen wir so viel Erfahrung, die wir einfach, ich weiß nicht, ob das leicht ist oder warum da, ei, 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 ei. Na gut, ähm, da würde ich hier mal pausieren, vielleicht, obwohl die Neuausrüstung ist wahrscheinlich Schwachsinn, weil wir jetzt noch ein paar solche Quests machen, sind wir vielleicht schnell schon Stufe 25, aber ich werde bestimmt mal ein paar neue Soldaten holen, weil die werden jetzt auch teurer, kosten jetzt 400 schon pro Stück. Einfach mal ein bisschen horten, damit wir bei Gelingen wieder einen Angriff wahren können. Das heißt also, bis zum nächsten Mal Landitur. Tschüss. Das heißt also, bis zum nächsten Mal Jahrhunderte bis zum nächsten Mal Tschüss und bei Vielen Dank.